Hallo und herzlich willkommen bei SolidCAM Professor. In diesem Beitrag aus unserer Serie Neue Funktionen in SolidCAM 2021 zeige ich Ihnen eine weitere neue Option im Gewindefräsen. Beim An- und Rückfahren die Funktion Bogen, Senkrecht und Tangential zu nutzen. An unserem Bauteil möchte ich nun am rechten Zapfen diese neue Option einmal fortführen. In der Registerkarte Technologie haben wir das Ganze auf Außen eingestellt. Wenn Sie mit der Gewindetyp Außen arbeiten, haben Sie nun unter Link die Möglichkeit beim An- und Rückfahren das Ganze einzustellen auf Bogen, Senkrecht oder Tangential. Im ersten Beispiel möchte ich Anfahren mit einer Tangentialen Funktion und Rückfahren in einem Bogen. Wenn ich das Ganze speichere und berechne, sehen Sie, dass automatisch am Anfang Tangential angefahren wird und am unteren Ende der Bearbeitung wird mit einem Bogen aus dem Gewinde herausgefahren. Wenn Sie die Technologie umstellen auf Innen, haben Sie die Funktion Bogen und Senkrecht zur Auswahl. Für weitere Informationen und SolidCAM Professorbeiträge besuchen Sie unsere Webseite www.solidcam.de oder den YouTube-Kanal von SolidCAM Deutschland.